4s 5000 4s 5000 allererster flug Na, was haben wir vergessen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gut, an meiner Landung muss ich noch ein bisschen üben. Ich habe natürlich sofort den einzigsten Stein auf dem Scheißfeld erwischt. Da liegen die Reste. Aber hey, abgesehen davon ist das echt angenehm. Er ist schnell. Er ist für die Größe sauschnell. Ich meine klar, super aerodynamisch. Das kann man mehr wollen. Macht Spaß. Ich glaube, ich mache noch eine Runde. Ich glaube, ich mache noch eine Runde. Ich habe ihn mal ein bisschen getreten. Gucken, ob er heiß wird. Warm. Handwarm. Alles gut. ESC. Handwarm. Alles gut. Gar keine Schmerzen. Ich habe momentan Gas noch auf 70% begrenzt. Oder ich glaube, auf 60% sogar. Moment, ich muss mal gucken. Selbeeinstellungen. Auf 70% begrenzt. Eventuell gebe ich das sogar noch frei. Weil ich wollte nicht, dass er überhitzt. Schöne Platte. Gibt schön die Wärme weiter. Eventuell noch ein paar Rillen rein. Mehr als zufrieden.